ein ne Glüfen, die es zu finden galt. Also ich vermute mal, dass es Glüfen sind. Geh ich jetzt einfach mal von aus. Etwas bin ich schon. Nein, ich trinke nie. Alkohol ist böse. Ich trinke nie was. Alter, schiebt doch ab, ihr Spacken. Und ab. Da höre ich was glitzern. Aber so wie es aussieht, ist das eine Feder. Oh, warte. Das ist die Sonne. Achso. Leider nicht. Okay, da kann ich nicht hoch. Da wahrscheinlich auch nicht. Aber hier auch nicht. Kacke, hier. Okay, hoch. Oh, da gibt es noch was Neues. Alter, können wir auch nicht mehr den Sprung, den Sprint-Sprung, also den Sprung, Sprung, Sprung. Oh, was sehen wir denn da? Was sehe ich denn da? Da leuchtet doch was. Oh, mit Adleraugen synchronisiert. Auch nicht schlecht. Jawoll. Da haben wir es doch. Scheiße. Oh Gott. Von dort komme ich da hin. Der hat so einen geilen Hall in der Stimme, der Sprecher da eben. Oder gerade. Der, der jetzt gerade so spricht. Das ergab irgendwie inhaltlich keinen Sinn. Hopp, hopp. Jawoll, da haben wir es doch. Hopp. Scheiße, wie soll ich da rankommen? Okay, jetzt sind sie ganz unsichtbar. Das ist natürlich auch fies. So näher komme ich da jetzt aber nicht ran. Ach doch. Okay. Kann ich da so reinklettern? Mal schauen, was 16 dazu zu sagen hat. Okay, oder auch nichts. Fette Sache. Das sieht schon mal geil aus. Oha. Irgendeine defekte Erinnerung? Hm. Vielleicht solltest du aufhören. Nee. Schon gut. Ich möchte weitermachen. Ah. Hm. Cluster 1. Von wie vielen? Okay, was muss ich machen? Laden. Dann. Bilder. Alle Herren. Sie arbeiten nicht, sondern herrschten von oben. Kann man auch wieder zoomen. Ihhh. Das ist ja blöd. Da. Okay, Moment. Nein, das nicht. Das. Das eher nicht. Das. Das nicht. Das auch 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 nicht. Habe ich das schon? Sie herrschten von oben. Wahrscheinlich Herrscher oder sowas. Habe ich das schon? Ja. Hm. Ne. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich nicht alle Rätsel einfach so gegen Ende mache. Hm. Ja. Ganz ehrlich. Ich mache die einfach später. Ich kann sie ja später aufrufen. Wie viele gibt es denn hier? Zwei. Drei. Zehn Stück. Diesmal nur. Na gut. Okay. So. Ich würde sagen. Hui. Ab geht's nach unten. Und ich will jetzt kurz noch wissen, was das da bei der Flagge ist. Und danach werde ich eine erste kurze Pause machen. Oder eine Pause einnehmen. Eine Pause machen. Da oben drauf. Oder was? Ah. Da ist eine Flagge. Oder wie? Da ist eine Flagge. Jawohl. Da ist eine Flagge. Das ist doch gut, dass die angezeigt werden. So kann man alle sich schnappen praktisch. Tempio di Saturno. Dieser Tempel des landwirtschaftlichen Gottes Saturn befindet sich am westlichen Ende des Forum Romanum. Der römische Staatsschatz Erarium genannt und sämtliche Gold- und Silberreserven der Republik wurden hier aufbewahrt. Wie im Tempel von Kastor und Pulidoikes, äh, ja, glaube ich zumindest, wurden hier einst außerdem die offiziellen Eichmaße gelagert. Daher wissen wir auch, dass Saturn nicht nur sehr reich war, sondern vermutlich auch unter einer Essstörung litt. Okay. Ich wollte trotzdem mal kurz auf die Map gucken, ob hier noch mehr Flaggen angezeigt werden. Derzeit nicht. Okay. Dann lass mal sehen. Was haben wir denn? Ups. Alter, das geht mir so auf den Sack hier, ne? Merkati... Merkati... Die... Okay. Merkati... Merkati... Da kann ich nur vom Spanischen halt jetzt ja übersetzen. Das ist Mercado. Klingt ähnlich. Das ist... Markt. Glaube ich. Pfff. Ja, gut. Okay. Ähm... Ich würde... Gibt's da Kurtisan? Oder... Alter, das geht mir so auf den Sack, ne? Rosa in Fiore. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Ähm... Ich würde sagen, das war's erst mal. So... Fürs Erste von meiner Seite. Ähm... Ich werde wahrscheinlich später nochmal ein bisschen zocken. Ich bedanke mich für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sooo... Und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich muss jetzt mal eben gerade sehen, wie das Spiel läuft. Aber es sieht recht gut aus. Ich rendere nämlich gerade im Hintergrund noch ein Video. Deswegen muss ich sehen, wie das mit der Performance hinkommt. Ob... Ja, das immer noch flüssig läuft halt das Spiel. Weil ich hab' keinen Bock auf ne Ruckelpartie. Und alter Schwede. Ja, das regt mich immer noch auf. So. Nächster Aussichtspunkt würde ich sagen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Ja, das hält sich noch in Grenzen. Ich hab' hier zwischen 28... äh... 28 und 29 Frames. Wobei ich auch nur mit 30 Frames aufnehme. Also... Joa. Schauen wir mal. Und da können wir noch nicht hin. Das ist ja Wunderbärchen. Ja, ähm... Karte möchte ich ganz gerne. Ach... Ja, das wird mich... Das wird mich, glaube ich, noch ein paar Mal richtig aufregen hier. Alter, wie groß das hier auch ist. Wie groß das hier ist? Borgia-Turm. Frage ist, können wir da jetzt schon hin? Ich würd' sagen, da wir da... Da das noch nicht feststeht. Erinnerungsanfang ist ein Katzensprung von hier entfernt. Bewegen wir uns erstmal dahin. Machen die nächste Hauptquest. Und schauen dann später weiter. Okay, der läuft gerade weg. Das ist wahrscheinlich wieder so ein... Äh... Geldhaino. Äh... So ein... Bote. Genau, ein Bote. Kein Geldhaino. Das war einfach nur Bullshit. So, ich muss hier hoch, sehe ich gerade. Oder vermute ich jetzt mal. Suchen wir uns doch mal einen Weg nach oben. Ab. Ah, das sieht gut aus. Den Palazzo haben wir ja bereits. Aus dem Weg! Hier komme ich! Juhu! Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Ja, klar. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. So, Entschuldigung. Telefon klingelte gerade mal wieder. Ich hasse es gestört zu werden. Ich musste eigentlich mal dran denken, das Telefon gegen die Wand zu werfen, wenn es das nächste Mal klingelt. Volle Synchronisation kriegen wir, wenn wir den Borja Kurier in weniger als einer Minute bekommen. Dann würde ich sagen, versuchen wir das doch mal. Oh ja. Einfach durch die Massen durch. Das ist voll geil mit den Pferden. Hehehe. Hui, aus dem Weg! Lass mich raten, hier jetzt runter. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Okay, ich weiß nicht gerade, was mit Leertaste da dann gemeint ist. Stehen. Oh, okay. Okay. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht narren. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Ja. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen. Ach, äh, ich hab jetzt gerade mal hier... Die Dingssicht aktiviert, das Adlerauge, um da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Und ne Zwischensequenz, okay. Perdonate mi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Okay. Machiavellis Kontakt beschützen. Bam! Bam! Und tot ist er. Grazie. Wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Ezio, stoppt ihn! Trefft mich bei den Thermen! Okay. In weniger als einer Minute. Das heißt, wir haben nicht allzu viel Zeit. Ich tue, was ich kann. Und da haben wir ihn auch schon. Jawoll! Das war keine Minute. Nice. Alter Schwede, wie groß das hier ist. Und das muss ich, müsste ich hier alles absuchen. Ah, ich habe eigentlich darauf gehofft, dass ich jetzt hier bei meinem Rundumblick, bei meinem kurzen, das entdecken würde. Da lag ich leider falsch. Ah, scheiße, ey. Das kann ja noch heiter werden, was? So, wie sieht es hier außen aus? Die Sonne. War das da eben was? Ne, gut. Hui! Braves Fett, oh. Ja, du bleibst schön hier. Alter. So, da oben. Okay. Da oben irgendwo ist eine Fahne. Ih, geht. Das ist ja mal ekelhaft. Aber die will ich eigentlich noch haben. Ich meine, wenn ich schon hier bin, kann ich das ja auch gleich mitmachen, ne? Oh. Oh. Ja, sehr gut. Sehr gut, Ezio. Das hast du toll gemacht. Kann ich mir so eine ganze Armee von Pferden rufen? Das wäre richtig geil. Oh. Oh. So. Mal sehen. Da oben ganz. Ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Und ab Und ab Uiuiuiui Da hinten muss ich glaube ich hin Ich aktiviere mal so